Salzburg wächst. Mehr Menschen. Mehr Verkehr. Was wäre, wenn wir jetzt Maßstäbe setzten, die uns ganz neue Möglichkeiten der Fortbewegung und Verkehrsverknüpfung in Salzburg bieten? Stell dir vor, wir haben den Verkehr auf ein Minimum reduziert und den Lärmpegel deutlich senken können. Die historische Altstadt ist wieder der allgegenwärtige Blickfang. Frei von Autoschlangen und Blechlawinen. Die Menschen sind der Mittelpunkt. Die Mobilität von Stadt und Land ist fast unsichtbar und effizient. Jeder kommt an, wann und wo er möchte. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit einer Bahn, die uns alle verbindet. Salzburg ist ein Ort der Begegnung, ein Ort der Erholung und ein Ort der Inspiration im Einklang mit der Natur. Ankommen in Salzburg. Untertitelung im Auftrag des ZDF. corpses ampsigera개를 iuszlo録